Bäh! 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 Puh! Der Typ da hinten nervt! Wuaah! Ah! Was war das denn? So, das müsste es jetzt gewesen sein. Alter! Oh, das Spiel ist schon mit Hektik verbunden. Puh! Wie? Nein! 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 Meine letzte Ladung! Niech! 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 Ah... Das war's dann wohl. Nee, wie nieder. Hey, Kumpel. Scheiße. Verdammt. Was sind denn diese schnellen Viecher wieder? Alter. Jetzt müssten wir mal langsam... Wo wollen wir überhaupt hin? Es muss doch hier noch irgendwo eine Rettungskapsel oder sowas geben. Wir rennen hier grad ziellos durch die Gegend. Die Bäume ist entschärft. Eigentlich gibt's gar keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Oder hab ich da was verpasst? Oh, oh. Oh mein Gott, ey. Das sind doch alle eine Klatsche. Schon wieder so ein Fuzzi? Das gibt's doch nicht. Alter. Wahnsinn. Die Waffe. Einfach nur Wahnsinn. Nein, nicht für die Waffe. Es ist Showtime. Oh yeah. Uhuhuhu. Hihuhu. Entschuldigung. Uhuhuhu. Ah. Komm zu Papi. Was? Nein. Es gibt's doch nicht. Verdammt. Verdammt. Hm. Ja, ist das, ist das, ist das Scheiße hier. Okay, ganz cool, Harry. Ganz cool. Das schaffen wir schon. Geht doch. Warum nicht gleich so? Mach ich. Was? Okay, jetzt wird aber... Konzentriere mich mal jetzt lieber ein bisschen mehr. Kopfschuss mit so einer Waffe. Ist doch geil. Kopfschuss mit dieser Waffe. Ist doch geil. Hehe. Ei, 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 ei. Und alle. Also sich allein. Bitte. Wo soll ich denn hin? Na schön, okay. Hört auf zu flirten. Wir haben Feindkontakt. Ich bin so schlecht, ey. Mann, Mann, Mann. Und die Spieler spiele ich schon eine Weile. Was? Och, nö. Wieso geht das Ding nicht in die... Ich hab nichts gesagt. Ich hör wieder ein 2. Ja, 2. Ja. So. Ein paar Detonationen können wir auch mal wieder kaufen. Machen wir das mal so. Und... Äh, Muni, Muni. Für was wollte ich jetzt noch Muni kaufen? Hier, genau. Zwei Ladungen. Muni und noch eine Ladung. Und... Noch einmal Muni. Super. Ah, jetzt sieht das wieder schon ganz schön aus. Da, kommt. Ah, berennt. Schla... Schlaft. Los. Legt euch schlafen. Durch meine Kugel. Tu mir nicht weh. Boah, was halten die denn aus? Hm. Apfelsaft. Boah. Hm. Scheiße, 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 scheiße. Eieieieiei. Komm schon. Nehme ich mal lieber die Shotgun. Boah. Oh. Du weißt, wie man schießt durch da. Hilfe, 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 Hilfe. Ich chill doch mal. Ich hab hier meine eigene Karte am Damm. Hilfe, 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 Hilfe. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht da. Na, wer hat's jetzt gewonnen? Hä? Wer hat's gewonnen? Ei, ei, ei. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal wieder aus. Yeah. Bäm. Haha. Touchdown. Geil. Wo muss ich denn lang? Achso. Hallo? Kann ich dich hier runter? Hä? Gott, ey. Der Typ ist nicht explodiert. Mann. Was die aushalten? Ich glaub's einfach nicht. Könnte ich mir verwohlt in die Hosen kacken. Durch die nächste Kammer kommen wir zum Raumhafen. Hä? Hä, wohin denn? Was meinst du denn? Ah. Hallo? Ich glaub's doch nicht. Ehrlich jetzt? Nein. 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 Fuckin' fucken' 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 fucken'. Fuckin' fucken'. Fuckin'. Das nächste Let's Play, was ich mache, wird bestimmt kein Action-Shooter sein. Scheiße. Ich glaube, das war's wieder, ja. Ach, verdammt. Uff, man merkt, es wird schwerer. Es wird schwerer, Freunde. Viel schwerer. Zu schwer für mich. Aber das ist wenigstens eine gute Herausforderung. So. Und dann weiß ich, was ich mir hole. Und das werden noch ein paar Ladungen für dieses tolle Ding hier sein. Nur zwei. Das ist doof. Nur zwei. Ach, Mann. Aber wir schaffen das schon. Hallo. Ihr Penner seid nicht gegen mich. Komm schon, komm schon. Ich bin gerade extrem angespannt. Was war das denn? Ach, da ist er. Scheiße, das war die Ladung. Alter. Okay. Okay, das wird jetzt... Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ich stelle mich wahrscheinlich viel zu dumm an. So. Dann nehmen wir die Waffe. Auf engen Raum. Ja. Oh, jetzt haben wir die Scheiß gar nicht mehr. Super. Okay. Dann nochmal die zwei Ladungen kaufen. Hier haben wir auch diese Ladungen. Eine Ladung. Und das war es dann auch schon. Und die müssten wir eigentlich noch haben. Ja. Dann nochmal das gleiche von vorne. No. Mach! Schöne! Mach! 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 Okay. Scheiße, das war meine letzte. Ja, ist doch gut, Mädel. Nein, 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 nein. Oh, ich werde noch verrückt. Oh, Scheiße. So knapp. Danach wäre wahrscheinlich noch einer gekommen. Ach, Mann, das wird mir echt leid. Ah, was ist los, ey? Okay, dann nochmal. Wir wollten ja die Waffe hier nehmen. Ich kaufe hier die Ladungen wieder. Und eine Detonation. Das scheint für mich am besten. Obala, das wollte ich jetzt nicht. Ich kaufe schon. Ich koste mich einfach in Ruhe. Ich würdun. Non, no, no. Schicke. Oh. Oh.